Hallo und herzlich willkommen. Es geht zurück bei unseren Schamanen. Wir spielen mal ein bisschen weiter noch und schauen, was wir noch erreichen können. Unser nächstes Spiel hier. Im Gewährtenmodus könnt ihr 25 verschiedene Ränge erreichen und darüber hinaus auch den höchsten Rang. Wie gehen wir? Schön, dass wir diesen Tipp haben. Und... Thral gegen Uta! Paladin. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Eure Zeit ist gekommen. Kartenzieher sind wir da. Und wir kriegen nur Schrott. Das ist noch gar nichts. Ich grüße euch. Ja, grüße. Grüße. Lasst mich nachdenken. Ah, ja. So lange überlegen für... Ich hoffe, dass ich meine Erzählung... Ich hoffe, dass ich meine Erfindung... Oh, wir haben unsere beiden Staubteufel. Wenn ihr meint. Und wir haben noch... Scheiße, wir haben keinen Kräuner. Wenn ihr meint. Aber jetzt wird er wahrscheinlich heiliges Licht spielt. Gut gespielt. Ja. 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 Gut, damit können wir arbeiten. Oh, wenn ihr meint. So. Er zieht alle möglichen Karten. Gut, dann werden wir das hier mal ein bisschen aufbauen. Und wir haben hier auch noch zwei Schatten. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Ich hoffe, dass wir die Erfindung gefällt. Blitzladung wäre noch... Ich glaube, ich nehme sie. Ich finde es schade. Wir haben eine Karte bekommen in unserem Ace Wind Yeti. Dann bringen wir den doch. Und dann machen wir ihre Karte. Dann haben wir nur noch 4. Die sollten eigentlich in der Nextion... Ach, ich depp. Der Ace Wind Yeti auf die anderen Seite. Meine Augen sind offen. R7? Wir schauen mal. Moment. Da kam Schrotz. Er kommt weg. Und die 4 ausgesichert. Das war's. Und jetzt locker runterspielen. Drei Schützen uns vorbei. Den muss er eh wegkriegen. Knappe mir zur Seite. Ist das grad richtig, dass ich kraft wenigstens kann mit dem... Oh nein. Im Namen des Lichts. Jetzt spielt er nochmal alles was er kann. Gut gespielt. Aber er hat nicht mehr Fiegel. Kann ich mal da aufwürfen? Was glattst'n so hoch? So. Also. Einfach konzentriert runterspielen. Dann geht es eigentlich auch. Ja. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.